Die Woche du fährst jetzt eben übrig. Du sagst eben, du bist ein Team mit mir. Wir haben drei Tausend Türen zurück. Ich habe auch zwei Tausend Türen. Ich würde sagen, wie Schmidt, ich würde sagen, wie Jojo. Ich würde sagen, wie Erwuden. Es heißt, er hoffst dich. Du weißt ja, jede Sache wird teurer. Ich habe immer ein Minig für mich. Es hat nicht kein Minig für mich. Ich habe immer ein Problem mit Anheilet. Anheilet ist jeder Mensch, der wissen, dass das Leben mit der Struggle. Die Geschmackheit von der Leben ist der Struggle. Anheilet ist kein Struggle. Anheilet ist kein Müllchen. Anheilet ist kein Müllchen. Aber was hat die Beschärfe gemacht? Müllchen? Du sagst, du bist ein Müllchen. Du sagst, du bist ein Müllchen. Das ist ein Müllchen. Der dritte Müllchen ist ein Müllchen. Aber wenn du die ganze Zeit die selbe Sache wird es bollend. Ein Mensch muss jedes Mal ein neues Struggle und der frischen Müllchen von der Sache gibt es ein Müllchen. Ein Mensch gibt ihm das erste Mal ganzes Leben und nimmt es. Er muss sagen, er muss sich und er muss sagen, das ist ein Müllchen. Aber das ist ein Müllchen. Das ist ein Müllchen. Das heißt, das Leben ist voll Struggles. Aber derárte, das ist ganz Mensch. Das sind nicht ein Müllchen. Das ist ein Müllchen. Das ist ein Müllchen. Das ist Müllchen. Es ist ein Müllchen. Wenn der Schluck nicht mehr schlug, dann muss er nicht schlug. Es ist ein Platz für die Beherrschung. Es ist ein Platz für die Negativ und die Positive. Aber wenn er nicht schlug, dann muss er ausgehen. Das heißt, wenn er nicht schlug, dann muss er nicht schlug. Wenn man schlug nicht schlug, dann wird er automatisch auf der Bade. Ein Person schlug, jeden Tag, jeden Morgen. Dann geht er zu den Strugglingen. Er ist immer zu finden, der gute Seite. Das heißt, wenn man die Nachschufe der Schöne ist, dann geht es zu hören. Die Nachschufe der Schöne ist der Weg. Das heißt, der erste Nachschufe der Person hat in der Morgen, ist zu schlug in der anderen Stunde. Und dann der zweite Nachschufe ist, get out of bed first, because you're going to miss a lot of things. Der erste Nachschufe heißt im Schluck Nachschu. Der zweite Nachschufe geht schnell raus, im Schluck eins und Schluck zwei Schu. Jetzt. Ein Mann, der Siegwana Ewa Divri, wieso Siegwana Ewa Divri, hat gedacht, schlug uns auf die Nase. Sie sind nicht geworden, der Struggling. Sie starten living with Denial. Was heißt Denial? Sie kommen nachher, von Chabad Kaschmahl, von Elektrik Company. So we put it down there, das behalten. Sie kommen nachher, von Altzahru geleckt hinten, Altzahwe geleckt, und dann sagt, sie sagen, Mercedes, beschärf het helfen, Mashiach het kiemen, drei Menschen tun man ischhamken. Einer muss er köyft alles an, das ist der Gubachimfen. Einer muss er köyft alles an, Einer muss er köyft alles an, das ist der Gubachimfen. Einer muss er köyft alles an, einer muss er köyft werden, wie er es an Tappen, das ist der Gubachimfen. Er ist ein bisschen zufrieden. Was happens at the end, er zorns out of money, er hat zu pay, er starten stealing. Er hat das Geld, er beginnt, er beginnt, er beginnt, er beginnt, der Teuer sagt, er beginnt, er beginnt, waar 나와 die Teuer nixen hat Ahmet heiweh finally der Teuer ist unabhängig diese tool vollsliek be Adapt Mantel vom Das ist ein Name nachererseits. Das ist ein Name nach Herzliches. Das ist ein Name nachher Sponsibility. Das ist ein Name nachher, das ist ein Name nachher. Als Servan, als Evert, dann sagt er 6-13 von einem Backel aus dem Baalbose, 8 von einem Frisch, 10 von einem anderen, dass es auch ein Bewech ist. Das ganze Zeit der Jungen, das ganze Zeit der Jungen, das heißt, das Structure. Heißt das. The structure, to keep up the structure, you have to struggle. A structure, without struggling, the structure is something you have to struggle for. You cannot get a structure without struggling. You cannot get a structure without struggling. First, the verse is called the Eved. Two things. Eved, who is the Eved, who is the Lord. That means the Eoden is the one who 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 is the one. So, for example, the kitchen, the Eved is the one who is the one who is the one. Secondly, from Eved, you shall learn how to live a life with structure. Sebab, you should say that you are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. You have to say, Ko 활, you moved. Eved, Codependent is a codependent translation. It is true. Aber es tut nicht immer nach all, dass die Polizei und die Polizei uns zu retten. Es tut mir leid, dass es auch die selbe Sachen bei Menschen ist. People have to stand up for their rights, but they become codependent. Codependent means in der army. Und dann gibt es all kinds of substances that he tries to fill himself up. Das heißt, he struggles or he has to fill up that anxiety, he has to fill up that the garr ik the m 2 you are codependent. In 2 you didn't have to look for anything, only for a bit of stress. And that is going to be to deal with at the beginning what I was saying. Jetzt wird er nicht raus, dass er sich zu kämpfen muss, aber jetzt ist er frei. Das heißt, wenn man zufrieden hat, muss man zufrieden. Wenn man nicht zufrieden will, dann verliert man sich die Frieden. Dann wird man nicht schlappt. Wenn man hier einen Meter sitzen kann, dann wird es gut, dann wird es ein Haus. Aber am Ende der Tag, wenn man sich nicht mehr auf die Welt kommt, dann wird er raus. Das ist nicht für Leid. Wir kamen hier und wir kamen hier und wir kamen hier, jeder einer soll wissen, und er soll wissen, und er soll wissen, dass es nur zwei Wegen ist, oder er schluckt und er lebt, oder er schluckt sich nicht und er ist gestorben. Es ist nur drei Wegen. Es sind alle sich mit drei Wegen. Stell dir vor, hallo, heute sucht man für das Kind, Herrn Geitmann, im Luhnepark, im Amusementpark. Diese ziemliche Ressourcen. Finde mir nicht für einen Geitmann, halten Sie auf dem Telefon. Klingelt es, es ist offen. Sorry, Hand ist es für Macht, für Klose. Menschen machen so viele Dinge, Hand ist es für Macht, der ganze Amusementpark. Ich wusste, ich habe es vermutlich mitgemacht, so eine Reprise für die Kinder, im Luhnepark, 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 im Luhnepark. Nichts kann outra. Everyone will sometimes, wenn man is to learn, like, im Luhnepark, im Luhnepark, im Luhnepark, im Luhnepark, im Luhnepark. An welches Geitmann, der Fortschabbat, im Luhnepark, im Luhnepark. Sie nehmen sich, älte, oder sie nehmen sich. Bei mir wie auch. Man kann auch nicht nödere, sie kennen. Aber sie nehmen sich. Die Männer, sie stellen sich. Die Männer, sie sagen, okay, dieses Junge. Was ist deine Problem? Meine Problem ist, meine Mutter ist tätig. Ich weiß nicht, wie es ausgedreht ist, meine Mutter ist ein Weitier. Ich habe eine von zwei Einzelnen. Ein Einzelnen ist ein Geist, das ist ein Geist. Die erste Treffen ist ein Geist, das ist ein Leitboden, das ist ein Mathe, das ist ein Geist. Oder man geht nicht. Ich habe gesagt, was das heißt. Aber es heißt, wenn man diese Sichten, also es können gehen, wenn wir sagen, dass es nicht arbeitet. Und das machen wir sagen, oder ja, oder nein. Oder lebe ich mit der Weide, in der Chnur, in der Schiff, in der Simche. Oder lebe ich codependent, oder lebe ich in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Und dann ist es gestorben. Aber die Kirche, in der Kirche, in der Kirche, in der Kirche. Man sagt, wir sehen uns nicht. Oder wie wir sagen, Lachayim, in der Kirche, wo es nicht aufgeht. Was heißt Lachayim, Lachayim heißt nicht. Und Lachayim heißt nicht, dass es nicht mischam, wo wir schauen. Aber Lachayim, nein. Lachayim ist nicht gewöhnt. Aber es ist nicht gewöhnt. Es ist nicht gestorben, einfach nicht so hell. Es ist nicht möglich, es ist nicht gestorben. Es ist, wie bald, hat er noch ein Machlitt, dass es nur steht nach ihm, der meistens ist an der Drei Lane, ist der Kamerstrang in den Deren. Es ist nicht mehr weiter. Kimmt jetzt, Kimmt jetzt, Kimmt jetzt, mit der Verlustgein ist, es sind beide sehr co-dependenten. Der Ewe, die gewohnt co-dependent, der Künstler ausgleichen, er gewohnt, die Blutin im Balboos, und der Balboos, wird auch der Blutin im Ewe. Der erste Sache, wo es immer noch ein Ewe, weil es so ein Mensch gibt, wo es kimmt, wo er am Anfang, wo er nicht mehr schwebt, wo er nicht mehr schwebt, wo er nicht mehr schwebt. Der erste Sache, schwebt er weg, wo er nicht mehr schwebt. Einmal zu waschen, einmal zu kochen, einmal zu reinigen, einmal zu schwebt, wenn es so schwebt, wenn es so schwebt, wenn es so schwebt. Aber die Hand, das ist nicht mehr schwebt, Das heißt, beide werden codependent, sei der Ebert werd codependent, sei der Mavid werd codependent. Kind, die Leute müssen sie gewohnt, sie gewöhnt zu nehmen. Sucht die Beschärfer von Nuvi, sucht die Iden, sie können bald schmieden, und so schmieden, sie haben nur den Woden, sie haben nur den Woden zu leben. Wenn sie bald er will, ist sie in den Gules. Was ist das Team Schmied mit Gules? Ah, die sind codependent mit dem Ebert. Und der Ebert ist codependent mit dir, weißt du was? Er hat keine Chance, sie hat ein Stück an dem von Schmied, ein Stück an dem von Jürgen, so ein Stück an dem von Woden, und dann sagt sie, du bist jetzt in der Struggle. Sie können sich nehmen keinen Slave, sie können sich nehmen mehr keinen Knecht. Jetzt lassen wir doch sehen, welche Größe. Sie können doch... Sie wollen uns trocklen, ist sie leben. Sie wollen uns trocklen, ist sie nicht leben. Das heißt, der ganze Gullis ist, sie geben trocklen, sie geben dem Hunger, da ist, was können Sie sagen, frei. Aber wenn du nicht trocklen willst, dann bist du nicht frei. Sie sagen, es ist schon bald. Einer kann man trocklen, aber so bist du frei. Also wir sagen, wir sind weg zu trocklen, das ist nur ein Weg, also es ist schon frei. Man weiß nicht, was man geschmissen hat. Man muss jetzt auf den zweiten Läufen. Man weiß nicht, dass jedes Problem kommt von einem Trauma. Was heißt Trauma? Trauma means I lost my identity. Ich kann verleiden mein Sehut. Ich kann verleiden, wer ich bin. Wenn ein Mensch verliert sein Sehut ich kann es nicht šis wussten. Ich kann es nicht sovronnen, also wird es uns jetzt nicht sovronnen, ich kann es nicht sovronnen. Ich kann es nicht sovronnen. ich kann es nicht sovronnen Er soll sich übergenösen. Was ist die Art von Abuse? Was ist die Art von Abuse? Ein Abuse heißt Physikal Abuse. Das heißt Physik, geschluggen, geahgen. Der zweite heißt Emotional Abuse. Man kann nicht schreien auf jemandem. 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 Man kann nicht technisch sehen. Man kann nicht schreien auf jemandem. Der dritte wurde ein Psychological Abuse. Psychologischer Abuse. Man muss die Kinder und die Kinder sagen, das ist die Einkei, weil ein Mensch der Menschen nicht mehr mit uns. Man kann nicht so sagen, man muss das nicht mehr mit uns. Es ist kein Mensch. Du bist eine Heze. Du bist mit dem Heze. Er soll verstehen, wenn der Weg nicht weg ist, er kann sich da losgehen von seinem Platz. Er wird dort zerbrochen, hast du mal weggehakt, dass die Ziegen ihm sagen, er kann sich das wahr sein, was er ist. Der Pferde-Abuse ist, Abuse wird natürlich ein Spiritual Abuse. Spiritual Abuse ist schade, er befindet sich in einer gewissen Kapp, er ist kein Ungetuner, so wie er sei, er kann sich da losgehen, kein Schirm öffentlich, er ist in einer vierten Untertänen, in der letzten Stelle rausgekommen wird, ist ein gewisser Abuse für ihn. Der Pferde-Abuse ist, man rettet alle Plätze, wo du es davon geschätzt hast, wir schauen jetzt, wir haben jetzt in die Union. Jetzt, wenn man wusste, dieser Mensch ist über den Abuse, dann hat er einer von den vier Wegen. Oder wird alles pünktlich, der Zitz ist, der Kleid ist bis zu den Knie, aber es ist nicht, es ist ein Ausgang, ein bisschen genug, der frühe Dach, so in Krishma, es steht drauf, dann dreht es auf der zweiten Saat. Kiddisch? Er hat schon gemacht, Kiddisch. Er muss sich schon mal leichen, wie steht, er darf schon mal leichen. Zingen Smiris hat schon auch gesagt, dass Smiris. Jede sagt, Tieter auf Jöjts zusammen. Verwusst, Tieter los? Weil wir bald gewonnen, abused. Er hat seine Identität verloren. Er kennt sich schon, die Schichtstellung zu diesem Tate, man muss warten von ihm. Ich sage, Meile ist sicher der Wegen, wieso ich nicht mehr zahe sein, so am Tate. Ich sage, Meile ist ja, wer tut es self-healing. Er macht sich Ärger, er macht sich gar nicht besser. Er macht es Ärger. Aber er hat leider nicht kein anderer Weg. Wieso ich sich zu protecten, nur durch den, tschepen wir nicht, die Hals schochen euch, ich halte auch schochen euch, und ein Bock auf mich. Der zweite Weg ist, die Spaces Out. Spaces Out ist Tate, und geht an der Ziele. Du kannst retten, hacken, brocken, subnen, schweinen, quitschen, machen, und machen, und dann wuuh, der will, der Kinnisch, der Versteinisch, diese Meile, der Tate wird mit, immer nennen, es muss ich gerne, ich sage, aber er tut es nicht, weil er will mit zwei, er will verkehrt, er will der Tate, so nicht umkanzeln, aber der Tate hat es nicht, als er tut es, weil er will um dem Taten, nicht, weil er will, er weg ist von dem Taten, er hat verloren dem Taten, durch den, mit dem Abuse, er muss das verloren der Tate, was kann ich nicht gerade, der Taten. Bald ist, bald ist, wer ist, hat der Tate, wer ist, wenn er connected zum Taten, ist der, viele, wenn er Abuse hat, ist er so wie ein Spork, so wie ein Spong, sie krägt sich an den Abuse, aber später macht es sich zurück, So, wenn er wieder zurückzigehen, ist, wenn er viele gewonnen Abuse, geht er zurück, aber wenn er nicht wieder zurückzigehen, bleibt es sich krägt, er geht nicht zurück. wenn er nicht wieder zurückzigehen, wenn er nicht wieder zurückzigehen hat, wenn er nicht wieder zurückzigehen hat, er hat sich noch ein schweres Mann mit ihm, sagt er in seiner Hauwei, der Mann gesucht, die rätzt noch mit den Taten, so, ich sage, Leute, du siehst, hat mir noch kein Schlechtes getrunken. Er sagt, wir waren in der Sofa, die sind jetzt zurückgeheimgekommen, das heißt, er hat wie zurückzigehen, es geht zurück, aber er hat nicht wie zurückzigehen, sich zu protecten, sich nicht zu verlieren, den er nicht so hat, weil er ein bisschen zu haben, er kann nicht ohnehin, aber er zieht sich auf einem kranken Weg, er zieht sich auf einem gesündigen Weg, wo ist der kranken Weg, oder, man hat es zu machen, ein Pinkler, oder, oder Spaces out, er macht alles auf dem Dach, und die dritte Sache ist, er macht, 80% degree u-turn, und er macht, er macht, Ich habe immer weg, der Taten platz, aber ich habe nicht, dass er sie machte, es gedeiht, weg auf, verkehrt, ich will mir die Gesang, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr reden, ich finde alle Sachen, muss bei mir das nicht tun. Und noch bevor, ich glaube, das drei helfen nicht, jetzt macht man schon bald fest, man lasst auf die ganze Sache, das heißt, ordet er. Aber alle vier Sachen macht er nicht, weil er will nicht taten, nicht weil er will, er will nicht machen, er versucht, sich zu beschützen, als er zu ermöglichen, so schwer in der Kirche Ärger. Wenn er wirklich frei ist, weiß ich, wenn er Taten sind zufrieden, als er lebt, er kommt in Leila Seide, die ganzen Sprüche treten, er kommt auf Leila Seide. Er zunkelt, wie er im Kippel, als er nimmt er Bruch, die ganzen Sprüche, Er will nicht mehr, um ihn zufrieden, was er will nicht mehr, Wie? Who is the one that can give him the best attention? It's the Stieb, nobody better than the attention. Verwuste ich in Kinderhand in Drossen mehr wie in Stieb, because outside is the only place that is accepted without conditions. In Drossen, der einzige Platz ist, man nimmt den Mund, oh, kann den Mund, in Stiebe tut den Mund. Es ist ein Meiler, wilder Stieb, aber will es um den Mund. Macht was er auf, hat er nur am Sonnenstirn. Wo ist er der Eiffen, wo man darf zurückbohren, der Resilienz heißt es, der Schoss im Nafschi. Das heißt, wir schauen, dass du bekommst einen Trauma, oder du verlierst einen Identity, aber du wirst, weil es nicht gerade kein Resilienz, es nicht gerade kein Schoss im Nafschi, es nicht gerade wie ich zurückziehe. Wenn ich zurückbohren, die Schoss im Nafschi, wenn ich zurückbohren, dann ist es eine Resilienz. Wenn du bohren der Resilienz, was passiert, ist, wenn Meiler vieles Kind später hat Trauma, hätten den Trauma nicht da wegschleppen, oder leider, nur ein bisschen gewähnt, der Trauma kann man zurückbohren, im Käse durch die vier Sachen, wo es mir kein gesinnt, im Käse mit dem Kind, also später geht, wenn Meiler sieht, dass es nicht etwas handelt, was kann das Beste für den Stiebe nicht tun. Die erste Sache, so vier Sachen. Die erste Sache ist der Stiebe, der Sagen, ein safe place, das ist dort, wo du zuerst bist, wo du leckst, es ist nicht kalt, man schluckt sich nicht dort, er spielt sich safe dort, wie er ist. Und Thomas sagt, wenn er nicht safe, ich kann es auch, ich mach aber sein. Verlierte der Resilienz. Zweitens, es darf sagen, er darf spielen selbst, was heißt er darf spielen selbst, er will, er hat heimgekommen, einmal mit der nicht gegenehmigten Mark, für den Test, es hat er gehabt, der Fraschen im Leben, so hat er gesagt, es gibt immer noch die Fraschen, in der zweite Sache, spürt er sich nicht safe, er darf wissen, als er du den Mäusen, darfst du den Satz, aber das Stiebe darf nicht werden, kein Mäusen. Das Stiebe ist, jeder Kind hat ein Finger, du kleinere Finger, du größere Finger, das Stiebe ist, jeder Einheit hat sich über mir, gleich auf gleich, wieso hätte ich das Heimgefühl gebrochen, wenn er ein Mann bei mir, hat er bekäme einen gefährlichen Zettel, für den Melamed, und dann hängt es auf der Wand, leben die alle, wie du heißt, die Zechriete, die Koine ist, mit den allen Sachen, stellen wir es auch hier, es ist der Wissen, dass der Zechriete, nicht der Puste, der kann er nur fallen machen, wenn er gesucht, für den Kälte dort. Es ist für mich, es ist verkehrt, hängt es auf der Wand, es ist der Wissen, dass er nicht, dass er mir, immer einläuft, als er hat die 100%. Number 3, ist das Upschätzen, die Unikeness von jedem Kind, jedem Kind hat das System, absolut die Unikeness von einem Menschen, Unikeness von einem Menschen, für Kinder haben die Musik, für Kinder haben die zu machen, für Kinder haben die zu machen, Puzzles, für Kinder haben die bei mehreren, für ihre Hände, jeder Kind muss geschmeckt, wie sie hat, wir haben es gewonnen in der Welt, aber alles gebraucht, das ist Zerkracht, das ist Puzzles, das ist Herzlacht, sie wussten alles am, als ...